heilige magrele ich wusste nicht dass ich auch groß geschehen wir müssen ja drei spiele gemacht ist die settings da habe ich mich gerade gekratzt Zum Glück. Ja. So, ausgeglichen. Jetzt muss ich ja nur noch drei Tore machen. 4-1 ist schöner als 5. Lander. Ja, warst du in der Parade. Ich dachte, du bist hinter mir. Nee, ich war ja da vorne, was? Ja, du hast... Keine Ahnung. Du hast ja ins Tor gefahren, da habe ich gedacht, da gehe ich vorne. Auf einmal warst du an der Seite. Von mir haben wir vorbeigefahren. Und dann zack. Jetzt kommt unser Typ. Schade. Hä? Wo ist denn die Rolle hin? Ja. Wow. Er hat eine seitliche Rolle gemacht. Was ist denn ein Wichsauto? Was ist denn das? Ein Weltherr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ja, ja. Nein! Ey. Hä? Ich hätte gar keinen Boost. Gehst du da hin, ne? Ach. Warm. Schreib dir jetzt irgendwas. Musste ich da drangehen? Ah, war das scheiße. Laufen. Ich müsste die Schnauze schnell hochziehen. Die Schnauze sollst du mal halten. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Wo bist du denn? Der andere war ja einer in der Mitte, deswegen kann ich ja nicht auch in der Mitte stehen. Ja, aber du warst ja auch vorne, aber ganz weit außen. Ich dachte, einer zur Absicherung. Ach, die scheiß seitlichen Sprünge da. Puh, das ist so klasse. Guck mal, richtig. Glockt. Geht da rein? Ja, göttlich. Nee, das war richtig knapp. Mit dem ersten Blocken. So, ich greif an. Sehr gut. Bist du da an? Ja. Ich hab's versucht. Jawohl. Ja. Wieder lege auf. Hm. Ich will Diamant werden. Na gut. nach rechts aber ich bin recht gewesen ach dann kommt der sprung aus ich habe gar nichts mehr geträgt dann warte ich extra auf den eilister und er kommt gar nicht dran als ob der den ich rein gemacht hat ja ich bin neben dir alter es geht hier ab ich fand aber die chance gerade die war noch krasser ja oh shit okay verdammt die sind extrem stark ja hab ich das nur gesehen was soll das was soll der scheiß warum minimiert was soll ich das drecks game scheiß PC oder was auch immer das erste gold ist gleich ich hab ihn das war ja ausgetrickst bist du da irgendwo noch nicht da ah das wär so geil das kann nicht sein ich dachte der wäre schnell genug scheiße abgebrollt das ist ärgerlich das ist ärgerlich das ist ärgerlich